So, liebe Freundinnen und Freunde, jetzt kommen wir zum zweiten Teil von Viva Vielfalt. Es ist mir eine große Freude, euch heute eine ganz tolle Malerin auch vorzustellen, nämlich Elvira Bach. Ich werde später noch ein paar andere Bilder von ihr zeigen. Und wir sprachen ja beim letzten Mal über die Vielfalt und die Monothematik. Ich habe sehr viel Post von euch bekommen, sehr viel erstaunte Zustimmung, aber natürlich auch ein paar sehr kritische Hinweise, was aber nichts macht. Ich hatte euch ja gebeten, euch Facebook-Accounts mal daraufhin anzugucken. Und guckt doch mal bei Männern auch und vergleicht das mal mit den Facebook-Einträgen von Frauen. Da werdet ihr sehen tatsächlich, dass es einen riesigen und fundamentalen Unterschied gibt. Elvira Bach, eine der erfolgreichsten deutschen Malerinnen, eine sehr interessante und großartige Kollegin. Und sie hat auch mit Late Eldin bei Sky eine Sendung bestritten, Mix-up Art nämlich, bei der ich auch vertreten war mit Gunter Gabriel. Und ich würde euch bitten, das Oeuvre, also das Werk von Elvira Bach mal genauer anzugucken. Und ihr werdet sehen, sie malt immer sich selbst. In verschiedensten Varianten und in verschiedensten Positionen. Und maximal wird das ganze Feld erweitert noch mit Blümchen oder Katzen oder mit manchmal auch einem kleinen Stillleben oder irgendwie sowas. Aber im Grunde genommen dreht sich ihr ganzes Oeuvre nur um sich selbst. Sie hat sogar eine Ausstellung gemacht im Pan in Emmerich, in dem ich auch ausgestellt habe, das sie sogar nannte, nur ich. Und sie macht daraus gar keinen Hehl und steht auch dazu, was auch absolut wunderbar ist. Aber es zeigt doch wieder einmal quasi tatsächlich die Begrenztheit der Denkwelt. Und das tut mir immer ein bisschen leid, das so ausdrücken zu müssen. Aber das ist tatsächlich Einfalt und nicht Vielfalt. Es ist tatsächlich monothematisch und die ganzen Bilder sind im Grunde genommen nichts anderes als ein Spiegel auf ihre Seele. Und das ist auf der einen Seite total authentisch, ganz offen, großartig gemalt, aber natürlich auch todlangweilig. Und es sagt auch ganz, ganz wenig aus. Sie beschäftigt sich also nicht mit den wichtigen und richtigen Themen dieser Zeit, sondern im Grunde genommen nur mit sich selbst. Jetzt erschießt mich nicht. Ich bin nur der Überbringer dieser Nachricht. Und die Erkenntnis daraus sozusagen kann man ja quasi für sich selbst auch treffen und finden. Man bräuchte das nur mal googeln und nachschauen. Also von daher, vielleicht macht der ein oder andere sich mal die Mühe und guckt sich das Ganze thematisch mal daraufhin an. Ich würde mich sehr freuen und stelle euch dann nächste Woche Frida Kahlo vor. Auch sehr spannend und die anerkannteste und größte Künstlerin unserer Zeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und alles Gute. Tschüss!